Ja, liebe Facebook-Freunde, hier sind wir wieder. In knapp 15 Minuten ist es soweit. Dann die Münchner Runde. Diesmal zu einem Thema, das uns natürlich auch über die Osterfeiertage intensiv beschäftigt hat. Franziskus, wohin gehst du eigentlich? Wohin willst du eigentlich? Der neue Papst, drei Wochen nach seiner Wahl. Dabei interessiert uns weniger, liebe Facebook-Freunde, wie er jetzt die katholische Kirche im Inneren reformieren will. Der uns interessiert, wie er in die Welt hinauswirken will. Wie er sozusagen sagt, was ist los mit dieser Kirche, was ist los mit dieser Welt? Wie können wir mehr Einfluss nehmen? Wie können wir der globalen Welt etwas Menschliches entgegensetzen? Wie können wir auf die Armen achten? Das ist unser Thema und wir haben spannende Gäste. Sie werden es gleich sehen und dazu müssen Sie reinschauen. Bis gleich.